Es ist schon schön, dass wir das Abenteuer zusammen abschließen können. Die Begeisterung war natürlich sehr groß. Wenn es einen dritten Teil gibt, dann werden natürlich die Freunde geschwommen. Das wird fett. Es geht darum, dass Felix wieder von Herausforderungen gestellt wird. Es kommt ein neues Mädchen an die Schule. Felix fühlt sich mit diesem Mädchen sehr nahe. Keiner kann sie so richtig einschätzen, weil sie ganz viele verschiedene Seiten zeigt. Zum Beispiel zu Felix immer total nett ist, aber zu seinen Freunden dann eigentlich komplett das Gegenteil. Die hat doch voll den Knall. Oder Felix? Ich finde sie ganz okay. Sie gehört zu Hulda, aber im Laufe der Geschichte erkennt man dann, dass sie eigentlich nicht ganz freiwillig ist. Hast du es? Ja. Ich habe meine Abmachung eingehalten. Ich fahre jetzt nach Hause. Du wirst mich nicht enttäuschen. Da kann man schon so ein bisschen Spaß haben. Meine Freunde stellen sich zwischen mich und Melanie. Und in die verliebt sich Felix so ein bisschen. Das leuchtet ja. Seit du hier sitzt. Und darum geht es dann nämlich auch, dass wir dann sein Date mit ihr zerstören. Somit schrumpft er uns. Das ist nochmal eine Nummer mehr Abenteuer, da jetzt auch noch eine Klassenfahrt stattfindet. Wer hat denn Lust auf ein bisschen Stimmung? Wir finden uns hier in Köln in den MMC Studios im Greenscreen. Unsere Hauptteile sind schrumpft. Wir schrumpfen alles, wie man in einem normalen Film schrumpft. Und dann müssen wir es wieder schrumpfen, mit den schrumpften Leuten in dem gleichen Film. Es gibt eben eine Szene, wo wir ganz schnell von dem Ort, wo wir in der Jugendherberge sind, zur Schule fahren müssen. Vorsicht, Bremsschwelle! Da war ein nachgebauter Skateboard im Maßstab quasi auf eine Motionbase gesetzt, die Bewegungen erzeugen kann und Vibrationen, um die Skateboardfahrt zu simulieren. Und die Schauspieler haben darauf gespielt. Ich und Axel haben einen Bären runtergetragen und wir müssen da jetzt auch stürzen, aber Gott sei Dank gibt es dafür einen Stuntman. Und dafür haben wir den Diago aus Italien hier. Ich bin der Stuntman von Michael. Machen wir es einfach noch einmal. Ist schon ein guter Aktor. Hat er selber gemacht, den Stunt? Wirklich? Das war lebensgefährlich. Ich hab auch gesagt, bist du crazy? Hey, guck mal, wie macht man das dann? Ziehen wir es selber. Ja klar. Für uns war ganz, ganz wichtig, dass unser Regisseur Zugang zu den Jugendlichen hat, also dass der genau weiß, was denen gut gefällt. Er ist immer für einen da und ist liebevoll und nimmt sich Zeit. Er zeigt uns eben genau, was wir machen könnten und er lässt uns eben auch diese Freiheit, selber was auszuprobieren. Es ist super nett, es bringt super viel Spaß mit ihm zu drehen. Das ist so ein großes Herz auf zwei Beinen. Das macht Spaß mit ihm zu arbeiten. Auf dem Grants kann ich natürlich nichts kommen lassen, weil Grants ein Freund von mir ist tatsächlich. Den kenn ich schon seit über 20 Jahren und mit dem hab ich schon 10 oder 12 Filme gemacht. Axel, den ich seit 1.000 Jahren kenne. Es ist wie Familie. Er ist meistens so wie mein Heimatstadt-Grants. Ich denke, dass der Film so ein bisschen Kindern zeigen soll, dass man sich auf seine Freunde verlassen kann. Ich denke, es wird anders sein als die ersten beiden. Und die Idee war definitiv, dass wir ein schönes Ende machen. Der große Unterschied ist wirklich, dass wir älter sind und deswegen ganz viele andere Gefühle und Emotionen mit reinkommen. Wir haben auf jeden Fall ziemlich viel Action drin. Eine Achterbahnfahrt der Gefühl. Ich glaube, das wird sehr emotional und traurig, wenn wir uns verabschieden müssen. Achterbahnfahrt der voleibene Achterbahnfahrt der Bödel Was denn ewig ist wirklich? Achterbahnfahrt der Bödel Oh, mein算 کو hier älter sein. die Menschen kommen nicht nur vor, aber wieder eine Ausflungstehung. Weitere Kinder.